So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, hast du schon Schwer? Nein. Ähm, dann musst du mal herkennen zu mir. Hm. Äh, ja, ich komm. Ja, ne, krieg ich's. Was? Gib mir Schwert da! Ich brauch Schwert. Ich will Kämpfer. Danke! Ey, gib mir das! Gib mir das! Gib mir das! Fick dich! Gib mir das! Junge! Das hast du! Wir machen noch kein Bette, Junge! Gib mir das! Gib du ihm das und ich geb dir das! Auf drei! Eins! Drei! Oh! Yeah! So. Hast du noch irgendwas sofort auf? Ja, aber das hab ich grad gegessen! Hahaha! Oh, nöch! Hier, ich brauch doch auch mein Herzen! Ja! Die Schweine haben mich richtig poliert! Hm? Die haben mich... Ich hab Apfel! Ich bin cool! Ich bin cool! Ich bin cool! Ich bin cool! Ah, nöch! Scheiße! Gut, boah nöch! Ja, was machst du eigentlich? Was? Hab Klos! schweiß ausgabe hier als die steile kommen ja verkackt oh die welt geht nach hier zu sehen tja verkackt ich stehe hier gerade auf gar nicht tja verkackt aber jetzt nicht das haus aus bunten Blöcken machen aber heute hat er jetzt auch seine eigenen bretter ne wie gesagt geht das eigentlich mit nem Schwert schneller ja geht schneller ja ich oh ich hab ne Axt und Schmerz ja ja entweder du machst gelbmuster aus äh gelbmuster sag schon hörst du mal auf die Tast welcher Spaß hat dir die scheiß Musik an? was hörst du? welcher Spaß hat dir die scheiß Musik an? ich nicht die Minecraft Musik? ja ich bin das nicht ich bin das nicht ich hab die eben grad ausgestellt weil ich die anhatte weil ich ja eben ich hab grad seinen Namen gesagt hä? ich hab grad seinen Namen gesagt äh nehm ich jetzt mal auf alle sagen einfach jeder unserer Namen ne? also Egeborg es ist Leon Lariani Yannick und ja Player Lennart wie kann ich also wie kann ich sehen ob ich das aufnehmen ähm du hast einen Rahmen und du musst auch F12 tun äh oder diese Zahlen da ne? die sind rot wenn du aufnimmst und grün wenn du nicht mehr aufnimmst was? da oben sitzt zahlen ähm holt mal weg Ruhle das wär sehr wichtig ja ja Yannick ja du musst uns pick up huh verkackt jetzt hab ich mein Holz weggeschmissen meine Aufnahme ist dann gestorben ja dann mach weiter ja dann mach weiter F12 und zahlen ja man du hast noch gar nichts gemacht oder? ich bin schon fast das ganze Haus doch ich kann aber nicht spielen wenn das gleich wird und ich hab äh Tierchen gekillt und äh und ja alles gegessen äh Leute 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 ich nehm dich auf ähm warum nehm dich auf das ist ja das ist ja das ist verkackt ich muss jetzt mal unbedingt Steine da holen und packen und so ja sonne mal Steine das ist richtig schön ah ja ey der ist mein PCR dann gib mir einfach die scheiß Spitzhacke meine dann mach mir mal ne Spitzhacke dann fahr mich ja ich fahr sonst auch das gleiche ich wollte ich hätte mal ne Spitzhacke oh 15 fps hält sich bei 30 so haben wir die ganze Zeit lang nicht ne und hast du schon den Spitzhacke ne ne deswegen frag ich auch boah plötzlich ist er da Kohle Kohle Creeper ja Creeper äh können hier nicht explodieren äh ich werd das auch nicht anschalten weil sonst ähm ja andere Leute Junge äh ja hier auch noch drauf spielen und alter wie viel Spinn Alter wie viele Spinn ja und ja wenn die dann eben in der Hauptwelt sind und dann eben mit Creeper ne dann bumm und dann Hauptwelt Schrott ne das wollen wir nämlich nicht ne kein Bock ne ach ich komm wo willst du ich hab das Dach warte mal weil komm nicht scheißspinn ah ah ich hab nur ein Herz ich hab nur ein Herz ich hab nur ein Herz ey ich weiß wie die ah 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 ach ich hab nur ein Herz ich hab nur ein Herz ah ich hab nur ein Herz ich hab nur ein Herz ich hab eine Blumen ich hab nur ein Herz ich bin gleich oder achte jedenfalls was weiß ich bin level 2 beteiligt mich da musst du verteidigen ich bin zu level 2 2 ich habe ein herz und buch mal wer scheiß cooler was verbessert ihr sollt mich einfach nur safen weil ich level 2 schon bin ja mich beschützten ich glaube das verfolgt mich die sind so feige ja und bleiben einfach stehen, die kommen eigentlich nicht wirklich angerannt hast du auch schon mal ein E-Mail schicken gesehen? E-Mail schicken Arsch ja hab ich schon mal gesehen ja Leon, ist noch das E-Mail schicken noch für uns wollen? hm? ah, Skelett, Spinne, tot ah, Schwert kaputt das kann ja gar nicht mehr schlimmer ah, Spinne, Spinne, nein, töte mich nicht ich bin wertvoll ich bin ein Mensch was? noch was zu essen aber es wird jetzt auch nicht am Spawnpointer hängt, ne Scheiße gekauft, ne? noch was zu essen, ich kann jetzt nicht runter wer was da kauft ne? äh muss zwei Diamanten bezahlen zwei Diamanten bezahlen so einfach in die Lava schmeißen und ich bin gleich drauf ah Hilfe was ist? was ist? was ist? was ist? was ist?